Dieser Fußballer hat mehr Geld als Ronaldo und Messi zusammen. Mathieu Flamini ist Ex-Arsenal-Profi und gründet der Firma GF Biochemicals und hat laut Forbes ein Gesamtvermögen von über 14 Milliarden Euro. Sein Geld hat Flamini natürlich nicht ausschließlich durch den Fußball verdient, sondern vielmehr durch seine Firma, die er 2008 noch während seiner aktiven Karriere gegründet hat. GF Biochemicals ist das erste Unternehmen weltweit, das Level-Leansäure produziert. Eine Chemikalie, die das Potenzial hat, Erdöl zu ersetzen. Vielleicht rettet er damit ja nicht nur das Klima, sondern auch den Fußball. Jedenfalls wurde er im Jahre 2019 für die Geschäftsidee als einer der 100 bedeutendsten Gründer der Welt ausgezeichnet. Die Entwicklung der Level-Leansäure wird nicht nur einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz beitragen, sondern auch Mathieu Flamini steinreich machen.